Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bluenstower Defense 6. Wir werden heute dasselbe machen wie in der letzten Folge, allerdings, also auf schwer, nur Magic und nur Zauberwaffen. So, man muss ja natürlich ein bisschen schlau agieren, aber quasi ist das ja genau dasselbe, was wir auch gestern schon gemacht haben. Und ich glaube, oder in der letzten Folge gemacht haben. Und ich glaube, mein Problem war, dass ich die alle hier geklumpt habe und dass sie dann nur diese beiden Linien hier angreifen konnten. Die hat den hier auch noch, also diese Kurve hier. Und ich glaube, es ist schlauer, wenn man die hier in die Mitte packt, weil dann greifen sie diese Reihe an, diese Reihe und diese Reihe. Oh, wir haben sogar, oh, okay, das kann jetzt schon ein bisschen schwieriger werden. Äh, Moment, will ich den Suchschuriken? Mach mal den Suchschuriken. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Vor allem, jetzt haben wir halt diesen ganz normalen Affen nicht. Ja, ich glaube, da kommen welche durch. Habe ich nicht vielleicht hier irgendwas? Doch hier, platzier doch einfach solche Dinger. Ja, ja, mach mal. Macht auch nichts. Die kann man einfach da platzieren und sind so lange da, bis irgendwelche Blues darüber gehen. Damit wir keine Leben verlieren. Denn wir brauchen jedes Leben, was wir behalten können. Und vor allem das Geld, das wir dadurch kriegen. Mein Ziel heute ist es auf jeden Fall, also was ich machen will, mein Plan, besser gesagt, ist dieser Droide, Leute. Ich habe da nämlich diesen Platzlust jetzt freigeschalten. Und das ist richtig witzig, glaube ich. Weil, lese mal, was da steht. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit für andere Druiden im Radius. Schon mal mega geil. Also wir werden voll auf Droiden gehen. Und kann bis zu fünfmal auf einen einzelnen Droiden gestapelt werden. Wie krass ist das denn? Wenn du also fünf Platzluste hast, beziehungsweise sechs, dann werden die anderen fünf auch verbessert. Dann haben die fünffache Angriffsgeschwindigkeit und so. Der Magiewick ist ja sowieso mehr oder weniger auch so relativ viel Support mäßig. Der Odin supportet zum Beispiel mega krass. Der hat ja schon, dass alle Magieaffen, glaube ich, besser werden. Sollte man vielleicht mal platzieren. Den platzieren wir auch hier irgendwo schön in die Mitte, damit er einen schönen Radius hat. Ich habe vor, meine Druiden hier unten alle reinzutun. Den packe ich immer da hin. Genau. Der verbessert halt erstens. Okay, um die alle zu unterstützen, packen wir jetzt noch so einen Alchemisten hin. Ich glaube, den packe ich auch hier unten hin, damit er die Druiden auch alle unterstützt, wenn die da dann irgendwann unten hinkommen. Und den Alchemist, den haben wir auch in der letzten Folge schon gesehen. Der ist halt mega geil mit sehr komischen Tränken hier. Hier, wenn wir dieses Bersacker-Gebräu haben, dann können wir denen alle einfach so ein Asterix- und Oberlix-Gebräu geben, wodurch die einfach stärker werden. Und wodurch die dann extra Schade, extra Reichweite und extra Angriffsgeschwindigkeit haben. Und Bersacker-Gebräu, werdet alle stärker und besser. Sieht man auch. Guck mal, der ist jetzt stärker geworden hier. Der hat jetzt schon zwei Buffs. Aber ich glaube, ah, der muss das verteilen. Deswegen hat er noch einen Löffel. Hier, für dich und für dich. Und für dich habe ich auch noch was. Ach, und der Superaffe ist ja auch bei den Magieaffen. Das ist ja gut. Okay, dann können wir jetzt mal hier unsere ganzen Druiden hin platzieren. Die müssen halt dicht beieinander stehen. Ich werde jetzt einfach die auch mal spammen. Müssen halt mindestens sechs Leute sein. Und die werden jetzt alle hier im Weg drei verbessern, dass die diese Platzlust bekommen. Zack. Und wenn wir jetzt noch einen Platzlust hatten, dann wird der doppelt verbessert werden. Ich glaube, der verbessert jetzt alle, genau, der verbessert jetzt alle anderen, oh Gott, alle anderen Druiden. Die haben jetzt alle so eine Eins über dem Kopf. Megageil. Aber wenn die halt auch Platzluste werden, dann verbessern die sich alle gegenseitig. Und das ist, glaube ich, ultra-OP. Uh, der Feuerwal ist ja auch richtig nice. Der macht einfach diese Gwendoline-Attacke, diesen Feuercocktail. Das ist einfach irgendwo Feuerspaw. Hier hat er Platzlutz. Oh Gott. Noch einen, dann ist der letzte Druide mal fünf. Und die anderen werden jetzt, die anderen Platzlusten werden jetzt natürlich auch hier verbessert. Hier sind jetzt alle mal drei, weil sie sich selber halt nicht verbessern, aber alle um sich rum. Das ist so geil, Mann. Und damit haben wir auch den letzten Platzlust. Jetzt sind sie alle mal fünf. Ich glaube, also stärker kann man die nicht wirklich machen. Ja, da kommt gar nichts durch. Und jetzt noch einen schönen Superaffen. Ich meine, der hat so eine krasse Reichweite. Den könnten wir sogar hier hinten platzieren. Und er wird trotzdem auf der ganzen Map treffen, oder? Oh, hier wird das sogar von beiden noch verstärkt werden. Von oben und von dem Tränkemacher. Tja, super Affe. Dann holen wir deine Laserstrahlen raus. Und deine Superreichweite vielleicht auch. Ah lol, heißt dieses grüne Zeug über den Typen, dass sie jetzt alle verbessert sind durch... Ja, durch den Alchemisten. Aber warum sieht ihr denn alle verbessert? Ist ja mega heftig. Und ich kann ihn sogar noch mehr verbessern. 2.700? Ja moin. Nimm mal. 30.000 dafür, dass das für immer hält. Wie viel braucht ihr da noch? 12.000 XP. Oh, da ist der Wald geplatzt. Hm, lecker, lecker. Lecker, lecker Geld. Das bringt den Plasmastrahl-Superaffen raus. Oh, ja. Oh, Runde 60. Mittelschwer... Mittelschwer Endrunde. Ja, moin. Mittelschwer ist halt gar nichts. Ich glaube, heute kommen wir wirklich bis Level 100. Aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und dann bin ich doch davor gestorben. Ne, komm, Mann. Ungeplatzte Armee? What the fuck macht das denn? Er animiert kürzlich geplatzte Feinde als Diener zum Zerstören der Bloons. Ja, moin. Die Gegner mit ihren eigenen Waffen schlagen, sagst du? Da bin ich ja sowas von dabei. Leut, jetzt sind hier mal diese Zombie-Ballons. Ja, bei der Armee ein Ballons. Vernichtet sie. Oh, boy. Ich kann die letzte Stufe hier holen. Den Zorn-Avatar bei den Droiden. Je mehr Bloons dort sind, desto größer der angerichtete Schaden. Je mehr Bloons auf einmal in der Nähe von den Droiden ist, umso mehr Schaden macht er. Ja, hol das auf jeden Fall. Wie geil der auch aussieht, boy. Und oben ist jetzt Level 11. Und verbessert dadurch auch die Droiden hier unten. Okay, es hat tatsächlich ganz knapp mit der Range hier gelangt. Das heißt, diese Plus-5-Reichweite. Und in-game sparen wir jetzt auf diesen Zorn-Avatar. Obwohl, das hat mich letztes Mal den Sieg gekostet, ne? Als ich zu lange auf Geld gewartet habe. Ich glaube, ich verbessere doch lieber den Superaffen zum Sonnen-Avatar. Ja, biete sein Sonnen-Avatar. Was? Oh, jetzt schießt er mehrere Dinger gleichzeitig, oder was? Er läuft bei dir. Der Zorn-Avatar. Okay, jetzt sollten wir aber gut aufgestellt sein. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, auf diesen Zorn-Avatar zu sparen. Das ist halt wirklich richtig teuer mit 48.000. Und so schnell verdient man das Manni jetzt auch nicht. Ich meine, das Geld wächst zwar in meinem Fall im Wald hier und an den Bäumen. Aber so schnell kommt das jetzt auch nicht rein. Okay, Leute. Runde 80. In der Challenge. In sehr schwer oder schwierig oder was auch immer dieses Ding heißt. So, verdichte ihn. Ist der wirklich so langsam? Ja, krass. Dieser Sonnen-Gott-Affe. Ja, der stirbt ja richtig schnell. Oh. Wer macht diese... Ach, hier oben macht diese blauen Dinger, ne? Da trifft leider gerade gar keiner. Okay. Ja, okay, das war auch Runde 80. Das war ultra einfach. Ich glaube, wir kommen wirklich diesmal bis Runde 100, oder? Klar, jetzt ändern sich die ganzen Regeln wieder und bliblablub. Aber come on. Das war doch gerade so einfach. Wie weit sind wir denn eigentlich letztes Mal gekommen? Bis Runde 90 oder so? Oder 87? Irgendwie sowas habe ich im Kopf. Mal gucken, ob das heute besser geht, wo wir nur Magier haben. Und keine Kleckse und komische Nagelfabriken, die ich unbedingt ausbauen wollte. Oh, ja, kommen Sie bitte alle in meinen Wald rein. Oh, ja, der platzt gleich, der platzt locker. Nein, der platzt nicht. Wie viel hält der bitte der Wald aus? Viel zu heftig. Ich glaube, in dieser Runde hatten wir letztes Mal verloren, ne? Ich mache jetzt mal langsamer, sobald die hinter dieser Kurve hier sind. Ich glaube, genau in dieser Runde hatten wir letztes Mal verloren, weil da so viele Dinge rausgekommen sind. Ich muss ready sein, falls mein Wald kaputt geht. Jetzt sieht das gerade noch gut aus. Wenn er gleich tot geht, dann muss ich sofort den Wald neu setzen. Jetzt. Okay. Sieht besser aus als in der letzten Folge. Doch, 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 das haben wir. Ja, oh geil, Mann. Ich freue mich, dass ich so weit komme. Okay, die kommen jetzt schon recht weit, muss ich sagen. Aber ich möchte jetzt kein Geld ausgeben. Mir fehlt nur noch so wenig für die 48.000. Come on, die kriegt ja bitte alle tot. Die Sache ist halt immer, es muss nur ein so ein Ballon durchkommen, und dann hast du einfach verkackt. Come on, ich möchte zumindest einen Zorn-Avatar. Einen zweiten will ich ja gar nicht. Oh fuck, warum sind die so schnell? Oh boy, ich hoffe, die... Wie gut. Dafür hat man halt gar kein Geld bekommen. What the fuck? Jetzt gib mir doch bitte meine 48.600. Das ist so nicht mehr so viel. Ja. Bam. Okay, Zorn-Avatar. Der hat sogar Blitze um sich rum. Läuft bei dir. So, und jetzt werde ich wieder normale Affen bauen. Zum Beispiel. Vielleicht einfach noch mehr Druiden, die einfach alle in der Nähe sind von den anderen Druiden? Ja, ja, doch. Ich meine, wir haben jetzt schon so viele Druiden, und die verbessern sich halt alle gegenseitig. Wir packen die jetzt einfach alles voll damit. Alles voll. Alles mit diesen Platzlusten. Und vor denen habe ich immer Angst. Aber jetzt ist sie doch schneller gestorben, als ich dachte. Diese schwarzen Teile, die sind so schnell. Und wenn die durchkommen, dann ziehen die locker auch, keine Ahnung, 25 Leben oder so ab. Wie viele dieser Druiden einfach schon getötet hat. 300.000, 300.000, 300.000, 300.000, 300.000, 300.000, 300.000, 500.000. Im Vergleich zu den anderen Druiden, die haben alle nur 14.000. Der hat immerhin 45.000, 177.000. Aber der, der Stufe 5-Zorn-Avatar-Droide hier, der dreht einfach völlig durch. Aber der trifft auch einfach hier dieses kleine Ding drüben. Aber nur wenn er verbessert ist. Oh, okay, nur wenn er verbessert ist. Sollte ich dann vielleicht doch nochmal so ein Eichel-Misten hier irgendwo hinpacken, damit noch mehr Leute verbe... Oh nein, die kommen durch, oder was? Nicht dein Ernst. Die kommen halt echt durch. Ey, wie krass sind die denn bitte? Diesmal hatte ich aber auch nicht so viel Geld. Okay, so Runde 100 ist wirklich ultra schwer. Ich dachte, ich hätte die geilste Taktik ever mit diesem Platzlutzen. Aber scheinbar nicht. Vielleicht war es aber auch nicht gut, dass ich schon wieder auf diese 45.000 gewartet habe, um den Platzlutz nochmal besser zu machen. Ich hätte vielleicht bei dem Platzlutzen bleiben sollen und einfach für die 45.000, da hätte ich ja noch, keine Ahnung, bestimmt 6, 7 ausgerüstete Druiden dahin packen können. Das hätte, glaube ich, mehr gebraucht als einen so einen krassen Typen, oder? Naja, zumindest weitergekommen als in der letzten Folge. Aber immer nur durch Runde 100. Irgendwann, irgendwann schaffe ich das nochmal. Auf sehr schwer. Ach, ich habe trotzdem meine Medaille bekommen, weil ich über Runde 80 gekommen bin, ja. Na gut, aber das war es dann mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir macht das Spiel auf jeden Fall mega Spaß. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, oder Tipps, oder sonst was, dann gerne in den Kommentaren, macht die aber auch schon. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.